Ich habe es heute lange nicht mehr bekommen, was ich gut finde. Aber jetzt habe ich es natürlich wieder bekommen. Ich glaube ich hole noch zwei Folgen zügig. Ich habe nicht heute so richtig Bock auf Holgers. Naja, in der Nacht ist es. Aber ich werde definitiv noch versuchen. Ich werde noch einen Win-Off zu nehmen. Ich werde noch einen Win-Off zu nehmen. Ich werde noch einen Win-Off zu nehmen. Vielleicht. Ich weiß nicht. Aber ich weiß nicht. Oh, was ist denn? Oh, nee. Ich werde noch einen Win-Off zu nehmen. Oh, wuuu. Oh, wuuu. Oh, wuuu. Oh, wuuu. Oh, wow. Das ist ein W-Off zu nehmen. Ihr müsst mich nicht griefen! Da haben wir jeder gerauscht. Das ist furchtbar. Das ist so furchtbar! Ich bin, glaube ich, hier hinten. Ich habe keinen Bock, den Döner zu drehen. Nickelodeon Slime. Oh, Neck! Die machen mir Angst! Weil die haben Blackface, Blue Eyes. Das haben die Sweats manchmal an. Ich dachte, er wollte mich gerade schon springen. Oh! Ich dachte, er will mich grapschen immer wieder. Oh, Ne, er hat ihn gekrapscht. Er hat ihn gekrapscht. Er hat ihn gekrapscht. Er hat ihn gekrapscht. Ich aber auch. Ich hatte ihn in Schienzen zu bleiben. Ich hatte ihn in Schienzen zu bleiben. Natürlich. Willst du jetzt bitte getimeoutet werden, please? Blödian. 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 Alter, wie ein Tänzner. Das muss sich jetzt doch irgendwann getimed werden. Oder geht das so lange, bis jemand verloren hat? Haben wir es geändert? Ich wollte schon sagen, das war lang, aber easy win. Fünf Minuten und drei Sekunden? Wuuu!